Anthonie ist so fröhlich, Anthonies IHawk ist endlich da und die Mann hat jetzt IHawk Unboxing Er ist sehr fröhlich Leute, ich werde eröffnet, warte mal von hier erst auf Leute, er müsste es sehen, er war voll fröhlich, er hat den ganzen Tag nach draußen geschaut, er könnte nicht schlafen Ich bin um 6 Uhr aufgestanden, ich helfe ein bisschen Wann sind wir rausgegangen? Um 10 Uhr Und wir haben die ganze Zeit rausgeschaut Und Leute, ein Stück IS IS hier Ja, es ist hier Digger Oh Leute, komm ich helfe dir Wir müssen so raus holen Boah, es gibt einfach keinen Helfer dafür raus holen Oh, ich hab den weg schnell Okay Und warte, mach mal so Okay Ich krieg das IHawk Und so Oh mein Gott Oh Leute Warte, warte, warte Hier ist schon mal der Akku Hier haben wir Das ist die Tasche Ich glaub da ist Schlüssel drin Hier ist die IHawk Tasche Leute Und sehr geil Leute Ich hab meinen Was ist? Oh SHITCH Leute Hier ist der schöne IHawk Warte Warte Warte, warte was weiter Oh SHIT Ah, das ist dieses IHawk Schaut Leute Geh mal weg So Leute, hier ist das IHawk Ich habe mir ein zu also bestellt Ich bin so happy Leute Mein Herz Digger Und hier ist der Auf- und An-Button. Ja, warte. Machen Sie mal an. Oh, und es ist halt die Tüte da vorne. Schöße Tüte. Ich glaube, es gibt keinen Schlüssel dabei. Nein. Keinen Schlüssel. Und wir packen jetzt hier nochmal. Ja, wir schauen noch alles durch. Wir packen jetzt gleich zusammen und gehen raus bis hier mit Anthony. Ja, und er fährt halt bis hier so. Nee, Leute. Schau, das ist dieser amerikanische Anschluss. Und das ist der deutsche Anschluss. Check's? Das ist der amerikanische und das ist der deutsche. Und wir brauchen halt den EU, nicht den US. Okay, Leute. Das musst du damit anschließen. Und Anthony ist halt sehr glücklich, Leute, weil er älteste Ei. Also hier ist der A-Kuh und hier... Leute, ich bestelle auch bald Eierhoc, Leute. Glaubt mir, Anthony. Er ist so fröhlich. Ich mach mal kurz den Testwort. Ich mach mal kurz den Testwort. Leute, ey, das ist so geil. Ja, also. Bis später, Leute. Er macht seine Brügel mit Anthony. Also hoffentlich, er hat es euch gefallen. Ja. Dann lasst ein Like. Ja. Ich bin so happy, Alter. Und ja, aber bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.